An einem Ferienstrand hatten sie sich kennengelernt und ein paar Mal hatten sie dort zusammengeschlafen. Roland fand den dreißigjährigen Musiker sympathisch, nur er war ihm zu alt. Roland träumte immer von Männern, die wenigstens ein paar Jahre jünger waren als er selbst, und der Musiker war fünf Jahre älter als er. Heiner Braag, der Geiger, stand dem etwas hilflos gegenüber, er hatte sich in den Studenten verliebt. Und als der abreiste, nahm er ihm wenigstens das Versprechen ab, gelegentlich einmal zu schreiben. Irgendwann im November kam Holands erster Brief. Er enthielt keine Liebeserklärung, das hatte Heiner auch nicht erwartet, aber er war ein Freundesbrief und redete von den alten, immer neuen Leiden. Felix Rexhausen, Zaunberg, Szenen aus dem Gesträuch Szenen aus dem Gestỉ der Geiger, am lieben Froh und Subordnung. Dr.